Was geht ab Leute sehen Sie wieder mit einer neuen Folge von Let's Play Alien Nation so Kanonenfutter die Xenos scheinen ihre Präsenz in Fort Haipu zu verstärken auch in der Luft möglicherweise ist das eine Reaktion auf unsere Einsätze wir müssen den Plan des Köln kann uns wieder aufgreifen um das Kraftfeld in Ashland zu durchbrechen ja dann gehen wir mal hier rein ja mann lass mich doch in Ruhr oh bah bah was wow wow hey warum steht da mal eine 2 ich will das haben oh ganz viel 2er blub blub nein nein wow ah fuck 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 wow 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 won Hmm. Hm! Das ist ja hin, das ist nur da wo. Eh? und tschüss ja was ihr jetzt entscheidet euch ach man ich weiß doch gerade wie langsam bin ich denn juhu Feuerwerk heute ist immer gut an das war schon da habe ich wohl mal wieder das meiste Dimension verpasst ich gucke mal wie lang die Zeit ist dann entscheide ich ob es gleich die nächste Mission macht oder ob das bei einer Folge bleibt wir durften erst so eine Ebene ja gut dann machen wir doch gleich die nächste Mission auch noch so zack Grabräuber hmmm oh ja erkundet die Absturzstelle und stilfreund Feinkoads nach einem direkten Treffer durch das Schiffsgeschütz ist das Xenos Schiff wohl irgendwo in der Nähe des Hafens abgestürzt sie sollten mit heftigen Widerstand rechnen aber sie müssen zum Schiff gelangen und die Xenos kurz bergen mit denen wir nach Ansicht des Körnern uns das Kraftfeld durchbrechen können bam 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 was ein Freund Feinkoads was ist denn hier für den Kort wuaah es sind noch die Korts juhu wuuh 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 Nein, ich bin gestorben. Hilfe! Hallo, hallo, hallo! Hallo? Danke. Ja, jetzt haben wir auch die Mission geschafft. War ja irgendwie noch kürzer. Ich glaube die Mission sollte ich nochmal machen. Ähm, da. Da. Deswegen legen wir hier nochmal los. Zerstöre die Bruthügel und töte die. Irgendwas. Ja. 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 Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Yeah. 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 Was ist das? Alter, was war denn das? Was ist 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 das? wieder alle auch Hmm, hmm, hmm. Oh, der ist ein Nistrier, ich bin. Ist klar. Das war's. 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 Das war's.